Keine Muni. Wo ist die Erde lang geglitscht hier? Oh! Yo Leute, was geht? Willkommen zur nächsten Resident Evil Folge. Und ich bin jetzt davor, in dieses leckere, supergeile Wasser reinzugehen, um diesen Gesang, den man eventuell hört. Ich mach mal nochmal das Mikrofon dazu aus. Auf jeden Fall müssen wir das finden. Im Wasser, also ein paar Wellen schlägt das Wasser. Ich hoffe, da kommt nicht gleich die größte Kratze an. Ich geh jetzt mal rein. Und gleich nach links. Ich hör die doch. Boah, ist das heftig. Boah. Boah. Boah, Junge, das ist ja heftige Scheiße. Es ist weg. Ich hör nichts mehr. Oh Gott, ich muss das Headset leiser machen. Boah, woah, woah, woah. Oh Gott. Nein, ich muss nachladen! Scheiße, 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 scheiße! Alter, was ist das denn hier, ey? Ja komm, die machen jetzt noch Platz. Du musst gar nicht so streiten, dicker hier, komm her. Oh fuck, keine Muni, keine Muni, keine Muni, keine Muni, keine Muni. Wo ist er denn lang geglitscht hier? Er glitscht aber richtig weg hier, Alter, was ist denn mit ihm los? Alter, wie sieht's denn hier aus, ey? Okay. Ich höre nochmal auf der Sound. Ja, alles gut. So Evelyn, komm doch mal her, komm spielen! Das ist aber auch eine miese Sicht, ey. Die kommt immer so in die Ecke. Dann weiß man nicht, ob da welche rausfliegen. Alter, ja, One-Shot. One-Shot, Two-Zombies oder was? Oh Gott. Ich glaube, ich weiß so langsam, die Muni hat sich bis jetzt schon... Alter, was geht hier ab, was geht hier ab? Ich höre die ganze Zeit, was geht hier? Gar nichts. Was war das? Ach, hier konnte man lang gehen. Alter, hier geht's aber ab, ey. Komm, Evelyn, wo bist du? Nimm mal deine Lakaien hier weg, ey. Was ist denn da? Wie er lang krüppelt. Boah, Alter, ey, das ist hier heftig, ey. Du musst auch echt immer gucken, dass nicht einer hinter einem plötzlich ist. Boah, es schallt ja so mega heftig. Da, mal gucken, dass die nicht explodieren. Alter, und immer rund um sich hier. Was ist das denn, DAL? Deshalb stellt DAL ihre Pakete nicht zu, weil sie hier in der Mine liegen. Wow, fuck, scheiße, jetzt habe ich den nicht gesehen. Wenn ich jetzt die Wasser wegkomme, bin ich platt. Was würdest du denn hier, Alter? Mach mal keine Mucken, Alter. Komm her, hier. Flintenjoe macht das. Oh, das ist schon fast ein Ego-Fuck. Fast ein Ego-Shooter hier. Oh nein, die ist bald leer hier. Nimm ich ihn hier. Auch schon fast tot. Und du jetzt auch noch. So. Sehr spannend und spektakulär gemacht. Kurz nochmal Waffen-Check hier. Okay, ist voll, ist voll, ist voll. Oh, ne, ist nicht voll. Für das nächste Barbecue muss der natürlich geladen sein. Und ab geht's mit der Flinte. Warum bin ich da mit dem Fahrstuhl runtergefahren, damit ich am Ende wieder hochlaufen kann? Oha, das sieht schon wieder sehr nach nächster Ebene aus. Irgendwo runterspringen ist immer nächste Ebene. Die Frage ist auch, wenn ich jetzt verrecke. Wo verrecke ich dann? Ist das der Dicke? Was ist das denn für einer? Der ist ja noch fetter. Alter. Der ist ja mega fetter. Den würde ich aber töten, weil hier voll viele Sachen rumliegen anscheinend. Ja, komm, 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 mach dir nichts aus hier. Ein bisschen hier. Ein bisschen Arznei rüber und dann läuft die Bude. Scheiße, ich muss hier irgendwie einstellen, dass die eine Waffe wegkommt. Quasi schnell ins Inventar, das da drauflegen und weiter geht's. Das ist ein knappes Ding, das ist ein knappes Ding. Du, es kotzen auch einfach zwei. Dann machen wir das jetzt wieder ganz einfach. Dann rennen wir jetzt da hoch. Hä? Du hast keinen Schaden genommen, oder was? Du hast keinen Schaden genommen, oder was? Du hast keinen Schaden genommen, oder was? Du bist ja noch mit der andere, Trying zu öffnen. Das liegt ja schon. So machen wir das auch noch mal fit hier jetzt alles an ich höre auch meine Stimme noch liegt jetzt nichts mehr anscheinend Vielleicht hier hinten noch irgendwas Oh was lag da denn ich bin zu schnell am F drücken Okay Dann gucken wir mal ob da oben schon Evelyn auf uns wartet Das geht ja noch richtig ab hier Vielleicht guckt sie ja netterweise runter das wäre auch mal eine coole Sache Das ist bis jetzt noch nicht passiert Aber eigentlich war es auch klar dass in der Mine mega der Bär los sein muss Sieht schon wieder was haben wir denn hier noch im petto Okay machen wir uns hier erstmal ein bisschen Sprit drauf Ja zieh die Flinte Ich gehe da jetzt rein Sieht sehr verdächtig aus Diese Hoodies und diese Kapuze die da dranhängt die gehen mir ein bisschen vom Sack Juhu Ich höre gar keine Musik Okay die brauche ich natürlich jetzt Komischerweise oft starke Medizin Das kenne ich doch Ja klar Die Tür Alter was ist hier los Und gab es hier noch Sachen Sowas zum Beispiel E001 Ach du Scheiße E001 Alter das ist bestimmt die Omi macht Die Omi reißt das am Ende Alter Ey ja stimmt das war aus dem Video wo ich hier runterkriechen musste Nein wir sind im Haus Man kann nichts klicken das macht mir ein bisschen Sorgen hier Alter Was will sie Muss ich jetzt was abreichen Die Spritze vielleicht So Kann ich nicht auswählen Dann mach ich jetzt auch wieder zurück Nicht dass ich in einer kleinen Liege oder so Es liegt ja nichts Es ist auch mehr so eine Trauung Warum sehe ich das Wo? Alter die Spannung Ich setze das macht mich echt fertig Muss ich jetzt Nein Ist okay Ist okay Ich will es Ich weiß du wolltest mir nicht wehtun Töte ihn Mami Aber das hättest du Nicht tun dürfen Muss ich jetzt die Spritze geben Das tat verdammt Ach so Dann soll er sterben Das ist mehr oder weniger vielleicht ein Rückblick Das ist ja alles anders Das auch Das Puppenhaus Das kennen wir doch alles Das haben wir jetzt aufgeräumt Keine Finger hängen von der Decke Nach oben oder was Wo ist die denn jetzt Ja wo bist du denn Das ist ja nichts offen Das ist ja nichts offen hier Hm Hä Ja gehört das jetzt dazu Oder nicht Kann ich hier jetzt sterben Das Inventar ist ja auch voll Toll alter Jetzt habe ich einen Schuss Von der Flinte abgegeben Ich kann ja nichts machen Ach da Äh Ich spiele nicht Nein Schafft es weg von mir Hä Jo was ist das denn alter Ich will nicht die ganze Muni verknallen Ich weiß noch was ist Hier war noch Ach und hier ging es Hä Also irgendwie Die Folge ist echt merkwürdig Ich verstehe ich nicht Wo soll ich denn Wo soll ich denn lang gehen Boah Junge erschreckt mich doch nicht ey Geh weg Geh weg Was ist das mit Glocken machen? Nein! Nein! Geh weg von mir! Stopp! 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 Was ist das denn für ein abgedrehter Scheiß gerade ey? Ach jetzt kommen die Kontinuitationsstufen oder was? Das musste alles abbrennen hier ey. Das ist ja nie wieder wirklich scheiße. Ja, ich kann die Maus nicht bewegen? Ist die leer? Ne. Maus geht noch. Hä? Ich kann nichts machen. Was? Was ist denn hier los? Ist die Maus weg oder was? Na Tatsache! Tatsache! Warum ging die Maus denn nicht? Sie ver... Oder war ich wer? Ne. Ne eigentlich nicht. Eigentlich kann ich nicht leer sein. Oh Gott, was war das denn gerade? Mann, 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 Mann. Bomben mit Fernsehen. Na ja dann aber los jetzt hier. Ja hallo, das kommt. Kennen wir schon? Diesmal kann ich eine Maus bewegen. Du weh! Du weh! Du weh! Du weh! Hat sie es gerade auch schon gesagt? So, ich war zurücklehnen hier. Nehmen den Sitz rein. So. Wähle bitte die scheiß Bomben aus. Sofort. Oh Gott. Oder muss ich... Hä? Boah, was ist hier los, ey? Nein, erzähl nicht. Das kann nicht sein. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Du bist nur ein kleiner Junge. Ich hab keinen Sprit mehr. Ich kann nicht hier nachladen. Ich kann doch nicht aufstehen. Komm, Eisen. Ich wollte nur eine Familie. Die Oma macht es. Alter, was ist das denn für ein mieses Teil? Komm, gib Gas. Ich bin jetzt dabei. Wie ist hier? Dann geht's! Nein, nein! Und jetzt war ich nicht. Alter, was ist das denn, ey? Oh, Inside-Lube hier. Aber das Sonne ist nicht vorbei. Oh, oh nein, ich habe es tatsächlich durchgespielt, mit euch zusammen. Oh, er zuckt es, wie wir vom Knall nicht haben. Und wer ist dahinter? Er hält ihn an seinem guten Arm fest. Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Verweise. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mia's Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Tada! Also ich hätte es mir ja... Okay. Was ist das jetzt? Ja, okay. Ich hätte mir den Endkampf ja... Ein bisschen heftiger vorgestellt. Aber... Ja, okay. Also ich habe jetzt irgendwie mehr Munition verballert. Als ich da hingefahren bin. Äh, da hingefahren bin. Nur weil ich das Fahrrad gesehen habe. Also ich habe mindestens fünfmal so viel Munition verbraucht. Nur in der Mine. Anstatt bei dem Endgegner überhaupt. Aber egal. Das Spiel, ähm... Das ist einfach heftig. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Aber schade, dass es schon zu Ende ist. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei allen Zuschauern, die die Serie verfolgt haben. Oder die auch nur diese Folge geguckt haben. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und, ähm... Ja, das war's mit Resident Evil, ne? Dann warten wir mal auf das nächste Game, was rauskommt. Ich kann auch nicht sagen, was ich dann nochmal so zacken werde. Auf jeden Fall ist erstmal GTA dran. Und, äh... Und, äh... Vielleicht... Boah, rettig. Vielen Dank. Macht's gut. Ja.